moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem zombie video möchte ich euch zeigen wie ihr für die zombies unsichtbar werdet wie ihr seht leute greifen mich die zombies jetzt nicht an die ignorieren mich was ihr dafür braucht ist als erstes strom und packer punch und dann müsst ihr die ethoskop teile sammeln leute baut das ethoskop zusammen aber hebt es noch nicht auf das ist ganz wichtig so ich baue jetzt das ethoskop und jetzt leute müsst ihr für das kaffee ist weg vier von fünf blaue kugeln abschießen ganz wichtig ihr müsst erst mal nur vier abschießen heute nicht fünf so leute wenn ihr alle vier abgeschlossen habt dann geht nach unten zum letzten zu der letzten kugel also oder welche kugel auch immer zuletzt übrig lässt so dann schießt die letzte kugel ab geht schnell zum ethoskop und während der animationen zum teleportieren leute hebt ihr das auf so wenn ihr das nämlich macht dann wird in der krankenstation die anomalie spawnen während ihr hier im confident seid so kennt ihr euch auch während des speedruns oder so beim easter egg zeit sparen dann geht ihr in die krankenstation nimmt die anomalie und es wird jetzt das tagebuch schon spawnen das nimmt ihr und gibt das anderen geistern so leute wenn ihr das dann gemacht habt dann werdet ihr für die zombies unsichtbar sein so schaut hin sagen wir die hunde runde und die hunde werden mich völlig ignorieren ja die laufen an mir vorbei so leute falls euch das video gefallen hat lasst doch ein like da schreibt mir in die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten auch schon ein bisschen mehr so